Moin Mahlzeit und Hallo! Heute gucken wir uns die neuen Karten von Star Wars Unlimited an. Schatten der Galaxis, das neue Set. Einige Karten sind schon revealed und die gucken wir uns heute an. Als erstes Moff Gideon. Als Aktion greife mit einer Einheit an, die drei oder weniger kostet. Falls eine Einheit angreift, bekommt sie für diesen Angriff plus eins, plus null. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Einheit angreift, kann man mit der Aktion plus ein Schaden auf diese Einheit machen. Klingt so jetzt erstmal noch nicht super spannend. Allerdings, wenn Moff Gideon bei fünf oder mehr Ressourcen ins Spiel kommt, dann wird es interessant, denn dann kommt Überwältigen dazu. Moff Gideon an sich ist eine 3-6er-Einheit, hat Überwältigen und jede befreundete Einheit, die drei oder weniger kostet, bekommt jetzt permanent plus eins und Überwältigen, solange sie eine gegnerische Einheit angreift. Finde ich stark. Agro-Decks könnten damit noch was und mit Range-Decks könnten da noch ein bisschen an Stärke gewinnen. Ich bin gespannt, was noch für Karten kommen werden. Moff Gideon ist Karte 007 von 262 aus dem neuen Set Schatten der Galaxis von Star Wars Unlimited.